Ciao, wir heißen euch herzlich willkommen in unser Rödel und Partnerbüro in Mailand, eines der weiteren drei Standorte, die wir in Italien haben, neben Rom, Padua und Pozen. Es freut uns sehr, euch eine kleine Einführung in unser Land geben zu können. Italien ist ein sehr vielfältiges Land mit 60 Millionen Einwohnern. Es umfasst den südlichen Teil des Alpenbogens, die Poebene, die Apenninhalbinsel, die beiden großen Inseln Sardinien und Sizilien und weitere kleinere Inseln. Es grenzt an Schweiz, Österreich, Frankreich und Slowenien an und zudem befinden sich auf dem italienischen Staatsgebiet zwei eigene Staaten, die Republik San Marino und der Vatikan. Die Hauptsprache ist italienisch, aber auf dem Staatsgebiet gibt es neben vielzähligen Intellekten auch andersprachige Minderheiten. Italien gehört zu den hochentwickelten Industriestaaten und hat eine leistungsstarke Landwirtschaft. Zudem ist der Tourismus sehr ausgeprägt. Und das ist kein Wunder. Italien gehört nämlich zu den fünf meistbesuchten Ländern der Welt. Italien ist das Land, in dem die Zitronen blühen, das Land des Weines, das Land der Pasta und das Land, in dem jeder Bürger ca. 26 Kilo Pasta pro Jahr durchschnittlich isst. Italien ist auch das Land der meisten Regierungskrisen und das Land der schönsten Zinswürdigkeiten. Vom Colosseum bis zum schiefen Turm von Pisa, von der Amalfi-Küste bis zum Besuch. Alles ist dabei. Kommt uns besuchen! A presto! Vinite a trovarci per un caffè. Vi aspettiamo!